Mh Malte, Yahobu, Sega, Nibu Selber? Wie, wie Silber? Ah, für ein Dreißilber? Kriegen wir Tank Elise? Ja, natürlich. Was soll ich sonst machen? Ja, okay. Wer soll sonst tanken? Ja, ich kriege die Tank-Yoriana. Nee, es ist dumm. Wir brauchen Base-Damage. Base-Damage? Delay sein Brunnen? Ja. Ja. Alles geht los. Was für ein Base-Damage? Jetzt, jetzt kapiert. Ja. Okay. Ups. Trinkets nicht vergessen! Ey, Dings, nach 12 Minuten verkauf mal eure gelben Trinkets. Hol mal die roten dann. Ich hol mir die rote dann, später. Ich hol mir die rote auch immer. Ich hol mir auch die blaue. Willkommen in Summoner's Ring. Let's get in range! Wir haben deinen Enem. Das wird Spaß. Da wird jetzt richtig abgefuckt jetzt in Rap-Szene. Also so richtig, von jeden jetzt. Von Mören? er der Mutter für mich heißt in Sauna da hättest du gegenwissen vielleicht ist nicht mal der Wettkirche ich bin ein großer Fälle wenn jeder überlegte es nicht gegräbt der Blitzer steht in einem instinktiv nahe erhält sich tief genauer singen bis ich wieder da ist die tief ja ich bin mein ehemaliger einflächen die es hier und leute ich rüber bis kräg für die jetzt quasi schon hier stehen nach fernl fertig hier ist so so bist du da drauf gekommen okay ja ich bin ich bin wir widmen und lehre dieses märz Let's get in range, ha! Du Idiot! Alles geplant! Häng dich! Oh nein, nicht nach oben! Oh, ich glaub Blitz ist hier! Ich glaub er auch, ey! Und ich hab keinen Sprung! Let's check! Toad! Ah, überlebt! Zweiler ist jetzt schon verpasst. Äh, Botlane fehlt. Und ja eigentlich. Botlane mehr ist, immer noch. Mein Werk ist weg! Hab ich doch gesagt! Ist er? Ja, nein. Ja, ist weg. Blitz ist weg! Blitz ist weg! Blitz ist wieder da! Ob nicht gut! Wow, nice! Ich glaub er ist... Ziemlich gefickt! Fackt! Auf gut Deutsch! Ich glaub schon gewordet! Ich glaub schon gewordet! Wahahahaha! Jax! WAH! Oh! Ich glaub schon gewordet! Ich glaub schon was! Ja, das tat schon weh! Ah, sie ist geflasht! Was kannst du eingehen? Wie bist du aufgegangen? Pitch! Äh, fick dich mal! Ich stehe dir jetzt am Tower, Tower, Tower und warte, wenn du kommst! Und dann auf einmal passiert nix! Und dann auf einmal passiert nix! Wieso. Wieso Daniel? Wieso der? Naaa... aut산 sie jetzt nachwe allora? rope prototype! Ja.. Melanie, angefangen... Wahrscheinlich war das alssole er phải. Jetzt geht's auf, G ...dass ... ihn gar nicht! Ist das Feuerwerk? Ich glaube, wenn ich den angesprungen hätte, wäre er gestorben. I bury your flash. Exhaust. Exhaust ist doch schon raus, auf mich. Ist es? Habe ich nicht drauf geachtet. Ich fuhre doch Exhaust, oder was? Ich habe ihn Exhaustet, ich hab Jax Exhaustet. Achso, 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 jaja, ok. Dann nevermind. Ist das so? Time takes takes through it. Sie hat schon krass... krass... Viel AP, die Bitch. Geil! Ich habe damit gerechnet, dass du den eher lastetest. Dass er später den Blitz trifft. Wow. War ein bisschen langsam. Ja. Wann ist das Feuerwerk? Ich will etwas schreien. Ich will etwas schreien. Was ist dein First Blood? Nee, ich bin noch nicht tot. Der Blanc spielt richtig aggressiv. Ja, Silber, ne? Das ist halt was Neues. Ja, aber ich kann nichts gegen sie machen halt mit dem was ich habe hier. Dann... dann mach das Farm Game. Ja, tue ich ja, aber sie kommt halt einmal bummabumm. Floodife. Halt mega aufpassen. Mann ey. Das ist so dangerous, hier. Dangerous. Oh fuck it. Jetzt ist er in der Wad irgendwie. Der Ex ist auf. Ja, das habe ich gesehen. Haps. Panikreaktion. Was, Rennington ist F7? Wie hat er das hinbekommen? Das sind ganz normalen. Oh. Oh, gammelt. Ich habe gerade keine Wads. Was? Kann ja wohl gegen Silber abschauen, wie Lane gewinnen. Also nichts gegen euch. Drei, aber... Naja. Naja. 47 zu 24. Passt doch. Becks. Will er meinen Blue haben? Sagen, Beck. Vom Gehen. Mal denken, das ist gerade Dauer auf Mist. Willst du einen Blue haben? Ja, mal Lappen. Kann ich so ewig tanken. Ich bin voll low. Nimm du. Ich brauch's E-Gard nicht. Ich muss ja keine Endo fahren. Ich darf den selber nicht machen, ja. Warte mal. Oh. Nice one. Willst du die Feuerwehr? Kill sie! Oha. Macht der trotzdem Profischaden. Oh, nice! Oh, ich habe den Falter abgegriffen. Ach schon, was? Ja. Mein Ding. Egal. Dir geht weh. Du hättest... Halt sie auf, ich komm gleich. Hättest den Kill auf jeden Fall bekommen. Wenn du die Auto-Attack auf die andere da... Egal. Egal. Jetzt ist eben das. Wenn mein Outfarm ich sie. Ein bisschen. Ready. Aim. Fire! Direkt das nur Mitte, ne? Ha. Halbes Leben runter. Diese Bitch. Weckst das Mitte? Oh, den macht der Last-Hits. Der freesst meine Lane bei meinem Tower. Nice. Nice. Direkt davor sogar. Oh mein Gott. Nice. Ey, die sind echt scheiße. Jacks kommt, ne? Jacks kommt, ey. Soll der? Ich zerstör den. Den Blitz und S will. Da kommt er schon. Ich mach ihm... kurz den Wave da. Wave. Waze. S. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Auf ihn, auf ihn, auf ihn. Ja, wie denn? Ja, zu schnell. Ich glaub, den hätt' ich gefehlt. Ja. Ich glaub, wie der Mitte? Da hätt' er blöken sollen. Es ist irgendwo hier. Ich weiß nicht wo. Ich check mal in die Scheiße hier aus. Komm mal mitte, ne? Komm! Oh, lol. Jacks ist da, ne? Seht ihr da? Mhm. Okay. Okay. Nein. 10 Minuten. Ja, dann ja. Wie lange ist es? Es ist wahrscheinlich B. Okay. Sicher, dass sie uns nicht... Könnt ihr den Dragon Warden? Die slow life. Die slow life. Die slow life. Kommt mir irgendwie nicht so vor. Die spielen trotzdem noch so aggressiv. Jacks... Pass auf, Jacks. Warte. Wenn ihr jetzt... Wunder runter, oder? Ja. Der ist bald jetzt. Komm, ich komm mal runter. Okay. Dann halten wir den noch ein bisschen hin. Okay. Ja, er will... Er will... Er will... Er will Dragon vielleicht. Der ist da, ey, der ist da! Ja, wir sind hier. Reicht, 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 reicht. Ein bisschen erressen, damit er ein bisschen geblieben im Jungle hat. Der Blank hat auch nicht viel, also... Ich will sogar kaum fahren. Ich will den töten. Und dann? Der Blank kriegt Blue. Ups. Ups. Ey! Nicht beide, ey! Fickt euch doch! Ja, der Blank ist top. Jo, ich hab gesagt, die kriegt wahrscheinlich Blue und dann geht's weg. Lass den Dragon machen, oder? Mhm. Dann sieht die hat kein Blue, die kam von uns im Jungle. Ja, dann ist die wahrscheinlich hier... Ich kann die nicht decken, ne? Hier reingelaufen und dann nach oben. Nein, ich bin denn... Geh ein Stück zurück und wieder rein. Und dann tanken deine kleinen Spinnen. Weil kein Limits. Ronnyken ist weg. Ja... Damit ist wohl wieder bewiesen, dass ich ziemlich krass bin. Ich will etwas schreien. Ich will etwas schreien. Ein Fehl hat sich verletzt. Ein Fehl hat sich verletzt. Good job, Mike. Good job. Was hat denn der Mitte gemacht? Hat der gehalten? Der hat gefressen. Hat er versucht. Oh fuck. Kam der ganken, oder hat der nur gehalten? Nee, sie ist top. Der wollte erst ganken, kam nicht auf mich ran und dann... Pass auf LeBlanc auf mich nicht, dass sie gleich Mitte ist. Got to drink it. Cooldown. Wenn du es kaufst, ist es auf 3 Minuten Cooldown. Unter 2. 2. 2? Hm. Wenn ich die benutzt habe, dann 90 Sekunden dann, ne? Wie war das? Wer ist es? Sie haben keinen Tower. Jetzt könnte ich sogar eigentlich... Blue gebrauchen. Sie haben nur Relos. Was? Komm her. Sorry. Ah, Asriel Old kommt in die Mitte. Oder nach oben. Ja. GG. Good job. Gewordet oder was? Den Blue? Hat der den Blue gekriegt? Ja. 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 GG. Wie kommt der denn hier rüber? Gewordet hier oder was? Nein, er hat's geraten. Der Blue kommt runter, Mai. Tan. Oh, shit. Oh, shit. Wusche. So schnell es geht. Oh, gränt. Papass Ass oder Sir Arculยugat hat ge- ge- gau-killt. Ja, es kriegt auch hier. Zee. Ja, das war so viel move on kalau hat. Ach, du hast viele Mana gekostet, ey. Äh. Aber lewe ond, vo stabil. Ankee salvanda. Aber du gain рекlyEM tatest labs. Aber in den Bellen ist wirklich sicher맛iös. Ta mumиком. Gods, die ahme in den! Ja, smart Johanna hat halt. then, daten fools mich doch mal. Ah, hättest ihn bewerfen sollen. Oh, das Gold brauche ich sogar. Fett. Danke. Tuck, tuck. Nice. Oh, mir fehlt doch noch ein Minion. Let's get in range. Ich verkauf meine Pots. Nein, doch nicht. Ich brauch schon Pots. Ich will etwas schütteln. Jungelt mich. Konterjungelt mich. Top wieder miss. Der gewordert Top? Ich bin gerade jetzt runtergelaufen. Das kann gut sein, ja. Haben wir alle drei Tower? Ich bin zurück. Ja. Check the spot. Das ist ja schön. Renekton ist weg, ne? Ja, pass auf. Ah, der ist wieder da. Er hat immer noch Blue. Wollen wir den Red machen oder so? Ich habe keine Ahnung. Nachdem kommt der Dragon. 19.22. Zwei Minuten. Ich bin top, ne? Den zweiten Tower darf man kriegen. Ja. Ich habe ein Infinity. Das müsste reichen. PUSCH, 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 PUSCH. Ich nette es immer voll, wenn die unsichtbar so geht, weißt du? Du kriegst aber noch Schaden, sie ist nur unsichtbar, sie ist nicht weg. Ja, das ist aber das Problem eigentlich nur. Ist der Red da? Bestimmt nicht, oder? Renekton pusht nichts, top keine Ahnung, wo der ist. Weck da mit Dings, Mike. Ja. Alleine. Bestimmt. Pass auf, da auf. Oh, 30 Sekunden. Das steht da um die Ecke. Wo? Wer? Wo? Hier? Never mind. Der Dragonlight. Das habt ihr schon vor fünf Minuten gesagt. Oh, das ist getroffen. 22. Komm. 21 Sekunden. Hast du Rattel? Klar. Oder Kulda. Ich hab aber keine Worts. Raves pushen. Hey, ich hab durch den. Oh, fuck. Hast du langsam reagiert? Weil der Slow Life ist doch. Ja. Ich hätte den. Noll. Mit einem QW hat sie so viel Leben verloren oder was? Was ist das denn für einer? Die spielen echt nicht so gut. Ich dachte, wir wären schlecht. Ja, das reicht. Ja, Jigs kommen, ne? Von hinten. Ja gut, das reicht. Ich renne mal ganz zurück. Zu unserem Red. Ich renne zum Blue. 25. 25. 25. So circa. Guck mal, die doch sind zu 30. Ich bin seit dem Jungle. Ich will etwas schreien! Erstaunlich wenig Kills. Es steht 4 zu 2. Nach 22 Minuten. Okay. Ja normalerweise wäre das ja schon voll aus gemetzelt. 20 Kills. Insgesamt. Red is very ranked. Ja ich bin vorsichtig irgendwie. Red is done. Done. Red. Achso. Oh. Jetzt kommt. Ficker. Hehehe. Hehehe. Was war das denn? Ja er wollte schon einen Clampion den unbedingt haben. Ja. Ich merks. 069. Bester Mann. Noch ne Wave. Ups. Da hab ich ja schon fast äh Phantom Lenser zusammen. Oh ma top. Noch die Hälfte. Noch. 800 Gold. Oh. Leblau. 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 Na. No. Es wäre es ja schon. Ey Reniton's weg. Der Blitz. Der Blitz. Der Blitz. Komm mal mit. Der Blitz. 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 auch hier. Ja, dann kriegen wir den Tower. Mit Sicherheit, wenn er nichts Unerwartetes macht. Hallo? Irgendeiner? Zurück? Ja, die sind weg. Jacks auch. Oh, cool. Ja, ja. Bad game, Jacks. Halt die Schnauze. Schalt die Silber abschauen.